... im Leichtgewicht zwischen Khabib, The Eagle, Nurmagomedov und Tony Ferguson. Würde mich überraschen, wenn dieser Kampf allzu lange im Stand ausgeführt wird, denn er ist nun mal ein großartiger Submission-Spezialist. Da muss man als Gegner höllisch aufpassen. Er wirkt hier ganz entspannt und das kann er auch sein, denn wenn man solche fantastischen Blockfähigkeiten hat wie er, dann weiß man natürlich, dass der Gegner enorme Probleme haben wird, irgendetwas ins Ziel zu bringen. Der Mann der Khabib nur mag und das ist ein richtiges Team. Wo Mellow besiegen kann, muss, glaube ich, erst noch geboren werden. Was für ein Biest. Was für eine beeindruckende Statistik. Ja, und dann ist es auch kein Wunder, dass er 2019 der Russe mit den meisten Followern auf Instagram war. Er ist einfach einer der besten Sportler. Ja, würde mich nicht überraschen, wenn wir den heute auf dem Rücken sehen. Seine Take-Down-Defense ist einfach sensationell. Sein Balancevermögen und seine Stabilität sind schon beeindruckend. Da verschwenden viele Kontrahenten einfach ihre Energie, wenn sie versuchen, ihn so zu besiegen. Da sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Leichtgewichtskampf geht. Wenn wir uns das Alter bei der Kämpfer anschauen, müssen wir festhalten, doch schon ein ziemlicher Unterschied. Und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the Honda Center in Anaheim, California. It's time! Five rounds in the UFC Lightweight Division. Introducing folks, fighting out of the blue corner. This man is a freestyle fighter, holding a professional record of 26 wins, four losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Orange County, California. Tony El Cuckooi Ferguson. The Republic of Dagestan, Russia. The Republic of Dagestan, Russia. Sie klatschen sich ab und gehen wieder in ihre Ecken. Khabib Nurmagomedov, Tony Ferguson. Ein Kampf des Jahres liegt in der Luft. Kannst du es spüren? Tony Ferguson gegen Khabib Nurmagomedov. Zwei absolute Leichtgewichtsgrößen treffen aufeinander. Ja, endlich, muss man ja fast sagen. So oft wie dieser Kampf hier schon verschoben wurde. Zeit wird's. Die Fans hier sind auch schon ganz heiß. Ja, ja, das macht er gut. Schöner Kniestoß zum Körper. Gute Verteidigung gegen den Takedown. Und da hat er ihn im Teipelang. Klasse Platz, da ist der Treffer. Die erste Runde läuft. Mal sehen, was er so mit seiner größeren Reichweite bewirbt hat. Wenn er die richtig ausspielt, eine ganze Menge. Und das ohne großartig Gefahr zu laufen, selbst irgendwelche Treffer hinnehmen zu müssen. Er muss seinen Gegner... Oh, oh, schafft er den Kimura? Oh, 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 wie er ihm da den Arm nach hinten biegt. Oh, 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 oh. Ja, er hat es, er hat es geschafft. Er beendet den Kampf durch Submission. Das war eine wirklich schöne Submission. Er wusste genau, was er machen wollte und hat es dann technisch sauber umgesetzt. Sehen wir uns ein paar Wiederholungen aus dieser Runde an. Schöner Take-Dom. Da sehen wir den Sieger dieses heutigen Fights. Was für ein Triumph. Was für eine herrliche Submission am Ende. Wir sehen hier den strahlenden Sieger, der sich nach einer wunderbaren Submission hier feiern lässt. Und das darf er auch. Er hat hier den Bodenkampf gesucht. Er hat ihn dominiert und sich den Sieg auch vollkommen verdient gehebt. Er hat ihn domainisiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020